Zum Abschluss möchte ich noch einen Traumtext vorlesen, den ich in der Nacht empfangen habe, als ich die schwerste Zeit meines Lebens hinter mir hatte. Dieser Text hat mich sehr, sehr lange tief begleitet. Leben ist nicht lustig, sondern lustvoll. Leben ist nicht Lachen, sondern lachendes Leben. Leben ist anders, als du dachtest. Du bist von der Arbeit daran gegangen. Gehe nun mit dem Wunsch zu leben daran. Denn Leben ist Liebe und nicht Fleiß. Leben will nicht, dass die Ängste bleiben zu leben, sondern dass die Ängste lehren zu leben. Leben will nicht mehr so verloren gehen. Leben will nicht mehr so traurig sein. Leben will nicht mehr so verletzt werden. Leben will das alles nicht. Leben will wahres Leben sein. Und darum sagt das Leben zu dir, ich bin das Leben, das du suchen sollst. Ich bin das Leben, für das du dich entscheiden sollst. Ich bin das Leben, das du erlösen sollst. Und er sagt dazu, ich will dich nicht aufhören lassen, mich zu suchen. Aber wenn du dich nicht entscheidest, leben zu wollen, bleibe ich in dir als tot. Du bist du. Du musst mich suchen. Denn ich bin ich das Leben. Du und ich sind die besten Freunde, die sich finden können.